Und wie ist das? Was machst du da im Aquarium? Was soll ich da machen? Das ist der totale Hewie-Job. Viecher füttern, Glühbirnen, raus und rein schrauben und den scheiß Boden wischen. Mini-Hitler als Chef, der mich rumschickt, als wäre ich irgendeine Straßennutte. Wenn da denn irgendjemand bitte und vielleicht auch Danke sagen muss, dann bin ich das sicher, dann bist das nur du. Das ist so einer, bei dem juckt es mir auch wieder einen Fingern. Was meint? Wenn dir das nicht passt, dann kannst du das gern mit deinem Bewährungselfer einmal besprechen. Und jetzt hau ab und fang zum Schaffer an. Und zwar ein bisschen der Hopla.